Willkommen, willkommen aus Berlin. Wir sind hier bei Fossil, beziehungsweise Michael Kors hat natürlich auch Uhren mit der Firma zusammen jetzt. Die entsprechen, wie ihr seht, gerade in der goldenen Version, also Frauenversion heißt die Bradshaw und dann gibt es noch eine Männerversion, die heißt dann entsprechend Dylan, die ist schwarz, ein bisschen anders am Design. Wir haben hier gerade ein Pre-Production-Gerät, obwohl es jetzt im September rauskommen wird, für ungefähr 300 Euro, hier mit einem schönen Design, natürlich ein Michael Kors-Logo hier mit einem Knopf. Drehen kann man das nicht, nur reindrücken. Gerade läuft Android-Ware noch nicht so richtig drauf. Wie gesagt, das ist noch ein Pre-Production-Gerät, aber auf der Seite könnt ihr sehen, wir haben einen Lautsprecher drin. Da gibt es nur Beeps und andere kleine Laute. Es kann natürlich auch noch vibrieren, aber das kann man nicht als Lautsprecher benutzen und die Seite als Mikrofon zum Telefonieren, die Funktion hat die Uhr hier nicht. Auf der Rückseite steht hier noch einmal Michael Kors drin, natürlich auch nicht für Fitnessleute. Während dem Fitnessstudio, an dem Fitnessstudio, es hat man normal keine goldene Uhr an, aber wenn ihr wollt, kann ich mal kurz zeigen, wie die weibliche Version ist. Hier an meiner Hand so ausschauen würde, nicht ganz so schick, natürlich, aber an der weiblichen Hand zum Beispiel wäre das gar nicht so hässlich. Ich mache mal eins weiter. So, relativ groß, aber ich glaube, bei Michael Kors ist es jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich das Problem hier. Wie gesagt, für 300 Euro gibt es dann entsprechend auch die Männerversion. Hier seht ihr ein bisschen die Software, die natürlich spezielle Oberflichten von Michael Kors noch hat, die natürlich dann auch besonders sind. Das ist jetzt hier die Dillon-Version mit vielen natürlich auch noch Bändern zur Auswahl. Das Golden ist natürlich das Klassische hier, das Klassische hier von Michael Kors, das es dann entsprechend auch noch in anderen Farben und Varianten dann hier geben wird. Mein Name ist Balasch Geil, das war hier die Michael Kors Smartwatch mit Android. Wer kommt demnächst auf den Markt, bald mehr Videos dazu, hoffentlich mit dem fertigen Modell, das dann, was der Meilish Chart zum Beispiel auch angeht, ein bisschen besser ausschauen wird. Das ist eigentlich hier nicht gewiss wie Apple hier, aber hier noch nicht ganz so funktionabel. Bis dahin!